Willkommen im Sportwagen der Ex-Traklasse. Ford Focus ST EcoBoost. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wisman. Motorbus ST ist Charger am Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Mit speziellen Design-Elementen wie Front, Heckspoiler, Seitenschweller zeigt der ST sein wahres Ich. Abgedunkelte Scheiben hinten dürfen natürlich nicht fehlen. Zu den grauen 18 Zoll Felgen gibt es noch rote Bremssättel. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bequemen und beheizten Sitze mit Lederstoffpolstern bieten viel Seidenheit. Fußmatten und Einstiegsleisten gibt es dazu. Für Ihre Sicherheit stehen sechs Airbag, ABS und ESP parat. Ebenso die heizbare Frontscheibe und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt stets für gutes Klima. Zum CD-Radio von Sony gehört auch eine Bluetooth-Freisperchanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Sportlich und dynamisch. Diesem ST werden Sie viel Spaß haben. Der Wagen stammt aus Erstbesitz und ist unfallfrei. Die Inspektionen wurden immer gemacht. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Es handelt sich um einen gepflegten Nichtraucherwagen. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team Bundesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.